Servus miteinander, heute gibt es wieder schnelle Nummer und zwar Böfstrogenhoff aus de Wok. Dafür den Wok richtig heiß werden lassen, die Filetstreifen portionsweise scharf anbraten, salzen, pfeffern, dann beiseite stellen, die in Scheiben geschnittenen Zwiebel scharf anbraten, salzen und pfeffern, schön umrühren, dass nichts anbrennt, dann ablöschen mit dem Essiggurkensud, die Essiggurken dazugeben, schön umrühren das Ganze, dann mit dem mittelscharfen Senf abschmecken, ein bisschen unterrühren und dann geben wir schon die Sahne dazu, wieder unterrühren und das Ganze leicht einkochen lassen, der Schmand kommt jetzt dazu, den rühren wir ebenfalls schön unter, damit es eine sämige Masse ergibt, dann kommt auch schon unser Fleisch wieder dazu, einfach alles dazugeben, auch den Bratensaft, wir lassen das Ganze noch kurz simmern und eindicken, nochmal mit der Gewürzmischung des Vertrauens abschmecken und schon ist es fertig, lasst es euch schmecken, viel Spaß beim Nachmachen, in diesem Sinne eure BBQ-Pirror-Friends!